Ich freu mich so extrem, weil ich habe mich schon beworben seit ich 8 bin. Letztes Jahr bin ich auf dem Semifinale gekommen und dieses Jahr bin ich ins Finale. Das ist so cool und es ist so ein Kindheitstraum von mir. Ich glaube schon, dass Cheerleading-Zeit meiner Show sein wird, die vielleicht am Ende oder so einen Spagat machen. Die Kette ist auf jeden Fall auch beim Finale mit dabei. Sie hat mich jetzt schon so weit gebracht und vielleicht bringt es mich auch zum Sieg. Nichts gehört, nichts gesehen und nichts verraten. Ja, so macht man das normalerweise mit einem kleinen Geheimnis. Heartbeat Song heißt das Original von Kelly Clarkson. Wir machen daraus, pssst, niemanden weiter sagen, ein kleines Geheimnis. Und das wird jetzt gesungen von unserer Selina mit der Startnummer 02. Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Irgendwas, das alleine nur sein zu zweifeln. Was in jedem steckt und das bleibt uneindeckt. Schummelzettel in der Bank, Liebesbriefe hinterm Kleiderschrank. Und die Nachbarin hat seit dem Jahr eine Menge mehr in ihrem BH. Manche reiche Leute sehten in Wahrheit. Beten womit eine Sonne klein? Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Irgendwas, was alleine nur sein sitzt, weil sowas in jedem steckt und das bleibt unentdeckt. Kleine Geheimnisse, ein jeder hat eines, niemand aus dieser Erde hat keines, weil sowas in jedem steckt und das bleibt unentdeckt. In den Gärten das Gemüse weht, Oma Butterkuchen trotz Diät. Manche Präsidenten spielen mit, alle Händen und Agenten, halb Millionen. Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Irgendwas, was alleine nur sein sitzt, weil sowas in jedem steckt und das bleibt unentdeckt. Zum Montag-Support hat falsche Zähne, es gibt auch fast verschiedene Kapitäne. Wenn manche Tränen von der Nähe nicht redet, das verliert man nicht. Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Irgendwas, was alleine nur sein sitzt, weil sowas in jedem steckt und das bleibt unentdeckt. Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Jeder von uns hat so ein kleines Geheimnis. Ich weiß, sowas bringt, wer sag ich, darfst du nicht? Selina, Stand Nummer 02, was für eine Stimme, du Rockröhre. Ich lass dich noch ganz kurz Luft holen. Kleines Geheimnis, ist bei dir nicht ganz so gut aufgehoben, denn ich weiß, deine Mama ist Psychologin. Und die erkennt dir sicher an der Nasenspitze, wenn du ein Geheimnis hast. Wie macht die das? Ich weiß es nicht. Sie weiß immer, was ich denke und ich muss da einfach wegschauen. Das Blöde ist, Muttis wissen, dass immer, auch wenn uns das überhaupt nicht recht ist, kannst du ein kleines Geheimnis für dich behalten. Soll ich dir was verraten? Okay. Wir gehen jetzt in die Werbepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Super Geheimnis, danke. Okay.